Nein, das war kein Viagra. Ah, du verkaufst es, weil du es brauchst. Ähm, ist es ehrenhaft, sich an einen Wehrlosen zu vergreifen? Nein, ist es nicht okay, weil ich bin wehrlos. Ich habe nichts, nur mein Skin. Dein Skin ist hässlich, da würde ich dich auch töten. Dann bist du definitiv wehrlos, weil dein Skin vielleicht Krebs erzeugen kann. Augenkrebs. Deine Mutter kann auch Krebs erzeugen. Mit Augen. Ja, mit Augen. Ey, in Kubis Haus ist ein Enderman. Ja, dann, ja, cool. Schön für Kubi. Dann sag Kubi, er soll den Enderman töten, damit er hier ein Ender-Orgel rauskriegt. Ist ein Enderman. Ich helfe denen sogar. Ein Enderman, falls wer es nicht gelesen hat. Da stand Enderman, nicht Enderman, sondern Enderman. Ja, Enderman. Ich habe es nicht gehört, sag es nochmal. Die Enderman. Sind wieder in Weiß. Ne, die Enderman, die sind die einziges wahren Enderman. Sind es die vom Kuckucksklan? Endan immer schiefe. Das sind hundertprozentig die vom Kuckucksklan. Die Enderman. Verkaufen Kuckuckshuhren. Ne, Kuckuckshuhren. So, jetzt habe ich es. Oh, das ist langweilig. Alter, das müsste voll geil sein, weißt du, so mit Marke. Da kommt dann immer Kuckuck raus, der sagt dann immer die ganze Zeit, Kucklux, Kucklux, Kucklux. Den würde ich kaufen, Alter. Ich finde den mega geil. Der hat auch so ein weiches Hütchen auf. Jetzt freut sich die Schallplatte, ey. White Power, White Power. Alter. Ich müsste sagen, auch wenn es Spaß ist, fände ich die Idee mega lustig. Ja. So, Stein. Und wie viele Leute sich drüber aufregen würden. Unglaublich. Stimmt ziemlich viel. Es gibt auf YouTube auch einen Hitlerkanal. Oh Gott. Die vergreifen sich wirklich an Wehrlose. Ja, würde ich auch tun. Die kann man nageln bis zu Gehtnichtmehr, ohne dass sie nicht werden können. Ach, deswegen heißt das Wehrlose. Genau. So geht's. So, jetzt bauen wir unsere geile Insel mit Erde. Was ist denn ist tonärenhaft? Moment. 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 Das stimmt was nicht. Hast du die Klausel 4.1 nochmal durchgelesen? Das stimmt was nicht. Ist tonärenhaft. Moment. Okay. Punkt 1.2. Die hab ich auch nicht durchgelesen. Ach, scheiße. round 3 ich sollte bei denen ein bett pen dass ich immer wieder bei dienst von minecraft ja abschmiert und abgeschmiert alter alex seine stimmig spakt ich tue jetzt sollen mit ich hasse regen ok ich werde sofort sterben wenn ich da durchgehe weil sofort zwei creeper auf mich drauf hüpfen werden es tut mir leid ich muss einfach meine admin rechte missbrauchen was machst du das das nenne nenne ja wenn du jetzt toggle downfall eingibst dann wird es bei mir regnen also tust du das gefälligst nicht und da steht und es steht dann da dass du den downfall getoggt hast zwei fakten die einfach nicht zusammenpassen du könntest tag machen das war schön für mich dann brauche ich nicht gar nichts mit den scheiß admin rechten kaum hat er jetzt kaum ist er mal schatz meister muss den server holsten ist es sofort der große aus regnet ich muss jetzt sofort den regen ausschalten wo die schwierigkeit ist nicht auf drei machen auf fünf machen auf 20 auf fünf pro schlag verlierst du die elf vom leben oder one hit kill ja du kriegst nur bei tiberius augustus ist automatisch der der one hit kill vorhanden bei 5.000 alex ernsthaft mach mal deine mikro einstellung bei teamspeak anders da schneidest die ganze zeit die stimme von dir ab mir scheißegal ja nee da hört sich damit wie sag ich so gern deal with it ja dann mute ich dich bei mir einfach ja ich erinnere schon gleich aber ich muss erst mal einen safe spot finden wo ich das hier machen kann das sieht das wieder aus als ob ich bei minecraft wieder abgeschmiert wäre nein ich glaube diesmal disconnected mit absicht weil ich jetzt wie schon gesagt ein paar an ändern ein wechsel an dem punkt dass ich sozusagen alle leidlich vor anderes headset ja nee mikrofon der spinnt über team speak so hardcore scheißen dreck rum meinst du kannst du komm mich an dein usb denn stand mikro mein groß membrana das ist ein unterschied zustand mikrofon dann micro ist und große branche ist geil großen branchen großen penis und ich bin tot ich will nicht kubi die aber abnehmen lassen indem ich jetzt sterbe ich habe eier als ich goingeck ein wechseln ich bin ein wenig also noch mal wo war deine internet eier die diese da lachst du noch rufi das skelett hat dabei deine arbeit abgenommen faulast öffnest duke aus der seite ich bin hobbylos arbeitslos hobby arbeit ich bin hobby ist also da ich hobbys also bin ich habe ich bin aber ich bin arbeitslos ich bin arbeitslos ich bin morgens immer so was machst denn so ich mach hobbys ja ich mach hobbys alter ich mach hobbys habe ich keine ahnung hobbys halt morgen alle wedeln ich mach hobbits ich mach hobbits aber du bist ein hobbit ist die bezeichnung gibt es wirklich hobbit ist das ist was festmäßiges hundertprozentig es kommt von exorzest wir müssen in der nacht fünf unendlich gegner spawnen und wie lange dauert die nacht bitte fünf unendlich zwei kenne ich nicht ich habe die zeit des tages ein wenig verändern du hast die zeit verändert gibt es so es gibt nur noch die nacht korrekt neu auf jeden fall stirbst ja damit ich nicht zu den anderen hinkommen das fände ich lustig ja danke durchgehende nacht auf diese spiel jetzt im night mode im night mode dann bist du die night fever night fever ich hab gleich wieder geil erzähl mir was was ich noch nicht weiß wieso ey weil ich da späte wegen dem akats im baum der gewachsen ist killt er mich jetzt nochmal spaßl die haben ein moment die niko ja die haben mein bootshaus was ich bei denen zwar gebaut habe aber das ist umgekehrtes briefing mein bootshaus was ich gebaut habe so wie es ist haben die umgebaut ohne erlaubnis dass sie das grieven ist auf ihrem territorium ja aber das ist mein haus und die haben es mir erlaubt dazu bauen deine ressourcen meine ressourcen ja dann darfst du die ressourcen zurückfordern hm dann mach mal was war denn da wichtiges ja ich weiß nicht ob man das der nennen darf äh die ja ich weiß es auch nicht ob man es die nennen darf man kann jetzt endlich mal tag werden es wird doch langsam tag ich sehe schon den morgen grauen du siehst schon den mond aufgehen ja oh es ist wieder dunkler geworden hm oh sorry ich sehe schon den sonnenaufgang na geht doch brennt ihr mutterficker brennt also die zombies und die skelette ich dachte schon du meinst dich selbst ich will nicht brennen hm ich hab nicht nur noch ein herz die inzeste hm hm ich hab nur noch ein herz dieses problem ich bin one hit die ich will es mindestens schaffen ich will es mindestens schaffen boah nimm noch was zu essen mit der ernsthaft nein wenn ich sterbe ist es wieder weg boah dann nimmst der halt vier steaks mit meine presse ernsthaft nein ich gönn den kein steak er geht zu denen und farm da halt die karotten ab ich geh zu denen hin um denen die möglichkeit zu geben mich zu töten weil ich einfach eh nicht aufnehme ähm und zweitens äh sowieso jetzt irgendwie nix produktives machen will du kannst mir helfen nein das ist deine arbeit doch kannst du du könntest deine dein dreckiges leben äh ich hantier grad mit dreck deswegen dreckig ähm dein dreckiges leben dafür opfern hier mir zu helfen nein doch doch ich bin zu faul für sowas entschuldigung trotzdem doch nein ich will aber nö einfach nö einfach mal no boah alter es sieht so es sieht so mega geil aus wenn ich überlegt euch das alles selbst hingepflanzt hab dann denk ich mir scheiße ich bin eh gleich wieder tot also weißt du was Yolo alter Tiberius das müsstest du dir halt echt mal ansehen ich weiß ich weiß übrigens wie es bei euch aussieht weil Yolo mir ein screen gezeigt hat Respekt mega respekt du warst ja noch nicht da ja ich war schon mal doch ich war schon mal da doch ich war schon mal da aber mega respekt ich war nicht in der aufnahme war ich ne war ich war dort und dann war ich doch noch nicht da ich war doch noch nicht da so ich geh jetzt erde fahren viel spaß mit der Erde aber ich muss den Amboss noch mitnehmen fuck 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 bin tot bin tot bin tot bin tot bin tot bin tot oh mein Gott what the fuck wo ist die Shotgun ah Shotgun spielst du etwa ein anderes Spiel nein warum ah fuck it warum was John war hinter mir why the fuck weißt du was die nimmt Zombiefleisch mit wieso bist du an Fallschaden gestorben weil ich so blöd bin ach so du bist gestorben ja ach so ich auch ich dachte Alex wäre durch Fallschaden gestorben nein ich bin durch John gestorben Alex ist durch John gestorben wieso seid ihr gestorben das ist jetzt so kacke ey boah was für Mongos bin ich im Team hier was heißt im Team im Gespräch was ist dein Team Alter ey wir hassen uns alle ok bin schon wieder tot wieso musst du auf jeder Rute die ich geh sofort irgendwo ins Skelett lauern da hab ich alle gesporned mit Eiern ja meinen Eiern männlichen Eiern ja heutig gesehen kann man ja einstellen dass Viecher auch im Tag spawnden mhm bin tot oh mein gott mini Zombies mini Zombies äh Skelettons John äh äh ich bau grad ähm Erde ab ne mhm äh mit meiner Effizienz vier mit meiner Effizienz im Haufen Niko alter das geht so ab das kannst du vergessen das siehst du keine ehrde mehr ne ich lauf einfach durch ich kann das durch rennen Miko hinter dir Hallo alter gibst dir scheiße wie geil ja dazu krieg ich Grasblöcke auch raus ne das ist schön weil die Cingetouch ist Grasmann Ja Grasblöcke Nico, gibst du mir Geleitschutz, dass ich bis zu denen hinkomme? Nein Geh weg, keiner mag dich Mensch Hey, das haben wir zu nie ausgesagt Und jetzt ist er bei euch Ja, korrekt Hey, du bist Ja, du Farben geht auch nicht schneller als Steinfarben Scheiße Hast du noch nie mit einer Effizienz 4-Schaufel Dreck abgebaut Nein, das ist so geil Ich hab jetzt irgendwie schon so 5 Stacks Hier geht voll einer ab Boah, ey, lasst mich doch wenigstens mal zu euch hinkommen Was machst du, Alex? Wieso stimmst du dauernd? Nein Naja, ich werd von 2 Leuten folgt, die auf mich ballern Und ich hab irgendwie das unglaubliche Duselbauer-Glück Das ich irgendwie schaffe, jedem Pfeil auszuweichen Was ist ein Duselbauer-Glück? Duselbauer-Glück ist ein ultimatives Glück Das Glück, das muss erst noch geboren werden Ich mein, ich bin vergiftet Und lauf mit nichts Ohne heißt das Ohne 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 alles So, ich glaub ich, ich grenze mir jetzt mal irgendwie so ein Eck ein Wo ich halt abbaue Gut, machen wir mal von Von hier So, ich bin jetzt total vergiftet, aber scheiß drauf Ja, nehmen wir von hier mal Äh, stell ich nochmal hin Von hier Oh, ein Flash Boah ey, so viel Rennarbeit Wieso müssten die auch so weit weg wohnen? Bye